So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, heute habe ich wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Und das sage ich ja immer, aber trotzdem, heute ist das wirklich was ganz besonderes. Und zwar ist mir aufgefallen, wenn ich auf meine Freunde gehe, ich versuche jeden Tag meinen Spezialtausch zu machen, einen Glückstausch zu machen, am besten wenn ich gerade einen Glücksfreund habe. Momentan ist das Viridium, die ganze Zeit habe ich versucht Regi-Eis zu bekommen als Hunderter, weil ich bei dem die meisten XL-Bomb-Boms hatte, damit wenn er wiederkommt, ich nicht so viel raiden muss, nur die Bon-Boms voll mache, Bon-Bom-Bom-Bom-Bom-Bom-Boms voll mache und den dann mal auf 50 maxen kann, mit 100%. Jetzt habe ich bei Viridium so viel gemaxt, dass ich, könnt ihr mal kurz nachgucken, wie der Stand ist, Viridium habe ich jetzt über 1000 XL-Bom-Boms, aber kein 100%. Das heißt, jeden Glückstausch, den ich bald mache, werde ich mit Viridium machen. Ich nehme Viridium. Was ihr nehmt, ist mir doch egal, aber ich nehme Viridium. Nicht mal shiny, ganz normal, das reicht mir. Jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich mal Glücks eingebe bei den Freunden, bin ich momentan bei 31 Glücksfreunden und wenn du einen wegmachst, kriegst du zwei neue dazu. So ist das momentan ungefähr. Das ist schon ziemlich belastend. Jetzt kam ich auf die Idee, ich wollte ja unbedingt auch mal 100% Riolu haben, beziehungsweise Lucario, gerade auch, um es auf 50 zu pushen, weil es auch eine Mega-Entwicklung bekommt und Brüten aus Eiern und dann ist es immer so selten. Ja, das kommt vielleicht irgendwann mal in Mega-Raids. Dann kannst du ja ein 100er Lucario aus dem Raid vielleicht ziehen, aber 800 Raids zu machen von Lucario ist vielleicht dann auch wieder ein bisschen too much. Ich kann euch mal kurz zeigen, welche Glücksfreunde ich momentan habe. Ich habe jetzt hier noch Ivar Mild, Ivar Soft, Ivar Kitz, Kunstdorin, Jason Form Kitz, Benny, Frank, Burkhardt, Skandalpara, Faradjan, Joel, Oliver, Jason aus Elm, Strangelove, Stanley, Knut Lina, Master, Maden, Annelie, Zocker, Maid, Kleingeist, Tenial, Bisa, Fan, Enzo, Pennerbeutel, Hegel, Tussi, The Amazing Shot, Itch to Domo, Christian, Jason, GW, Keiler, Erzengel, Michael und Main, Frankfurt. Wenn ihr da dabei seid, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr jemanden davon kennt, schreibt es mal rein. Wenn ihr einen gar nicht kennt, schreibt es mal rein. Jetzt habe ich mir gedacht, für dieses Video, ich habe mir extra 5 Handys besorgt, mit 5 Accounts drauf, von mir selber. Und ich werde nicht warten, bis ich Spezialtausch machen kann mit Viridium, denn ich interagiere jeden Tag mit meinen ganzen Accounts. 6 blaue, 6 rote, 6 gelbe. Und bis ich die anderen alle weg habe, bin ich mit meinen ja vielleicht schon wieder glücklich. Also wäre es ja sinnvoll, bei meinen zuerst das Glücks wegzumachen, alle Fremden dann irgendwann mal mit dem Spezialtausch zu beglücken und in der Zeit bin ich mit denen, wo ich jetzt tausche, schon wieder vielleicht glücklich. Also da steckt ein ganzes System dahinter. Gleichzeitig möchte ich aber hier mal noch dieses Shiny abholen. Hui, habe ich nämlich gesehen. Oh, da ist noch ein Shiny-Porender drin. So ein Gala-Porender, einfach aus dem Nix. Das ist jetzt völlig random, einfach mal so hier ohne Zusammenhang ins Video reingeschmiert. Das Shiny holen wir ab. Und ich möchte jetzt 5 Lucky Riolu nacheinander tauschen. Vielleicht ist sogar das 100er dabei, live im Video. Das wäre auf jeden Fall fett. Das hier können wir auch mal bewerten. Das ist schlecht, aber das ist natürlich trotzdem Shiny 305XL. Das sieht gut aus. Wir fangen jetzt mal mit dem ersten Account an. Muss ich mich hier wieder anmelden. Das ist der Ivar Mild. So, der Ivar Mild, der schickt jetzt mal eine Tauschanfrage an den Ramses. Der Ramses geht jetzt rein. Hat komischerweise noch keine Tauschanfrage. Ist aber egal, der geht drauf und müsste jetzt direkt in den Glückstausch kommen. Ich habe heute schon einen Spezialtausch gemacht. Das heißt, alles was nicht spezial ist, wird mir jetzt hier angezeigt. Also keine legendären, keine Shinies. Hier drüben muss ich mir jetzt ein Riolu suchen. Nehmen wir natürlich das kleinste mit 531, weil das ja theoretisch eigentlich nur besser werden kann. Hier geben wir mal ein Pandya ab. So, du kriegst ein Pandya. 567 muss das Riolu haben, wenn es bei mir ankommt. Das ist der erste Tausch. Ich zeige euch auch dann gleich, was der andere hat. Oder wie gut das beim anderen geworden ist. Und er kriegt jetzt dieses Pandya. Wir kriegen das Riolu. Ich halte es gar nicht aus vor Spannung. 550, das leichteste. Hm. Ist 12, 14, 14. Ist an sich so schlecht. Okay, können wir so lassen. Und das Pandya hat drei Sterne mit 13, 15, 13. Das ist das Pandya. 13, 15, 13. Das heißt, das Handy kann weg. Das kann aus. Und wir suchen uns direkt den nächsten Account. Gehen wieder hier drauf. Schicken eine Tauschanfrage an den Ramses-Account. Und es lädt sich nur gerade tot. Das müsste, glaube ich, Iversoft sein jetzt. Ich kann ja schon mal hier drauf gehen auf Iversoft. Es lädt und lädt. Und lädt. Es lädt weiter. Jetzt ist es da. Ich suche mir also wieder ein Riolu, was ich tauschen möchte. Oh, Mann, Mann, Mann. Das ist auf jeden Fall ein Pokémon, was sich halt lohnt. Auch bei einem Glückstausch. 532. Das ist sehr gering. Wir nehmen hier einfach mal das Mogelbaum. Geben das Mogelbaum ab. Gegen das Riolu. Hoffen wieder, dass das gut wird. Ich werde jetzt schon mal das nächste Handy hier startklar machen. In der Hoffnung, dass es nicht sich drei Jahre tot lädt. So, da kann ich das nämlich schon mal hinlegen. Und wir haben 548. 14, 12, 12. Hier drüben haben wir ein 913er Mogelbaum mit 14, 15, 14. Das können wir also auch wegmachen. Das ist auch egal. Weg. Zurück. Auf den nächsten. Das war, glaube ich, jetzt der... Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich gehe einfach mal raus, dann sehe ich es. Achso, das ist der Kunsturin-Account. Der natürlich auch unbedingt jetzt ein Riolu tauschen möchte. Riolu 544 ist das kleinste. Der kriegt von mir ein Capoeira. schmeißen wir mal rüber. Schmeißen wir mal rüber, machen das nächste Handy klar. Zum tauschen. Da steht der Ramses. Tauschen. 555 ist das kleinste. Ich hatte vorhin das leichteste. Jetzt habe ich das kleinste. Hat 12, 15, 15. Hier ist ein 906er Capoeira rausgekommen mit 13, 14, 13. Aber, ja, brauchen wir eigentlich auch nicht. Können wir auch hier wieder wegpacken. Gehen wieder raus. Gehen auf den nächsten. Das ist der Iver Kids Account. Zwei haben wir noch. Zwei können wir noch machen. Der kriegt ein Carbador. Genau. Hier wieder Riolu ausgewählt. Oh, der hat etliche drauf. Das kann ich öfters machen. Wir nehmen auch wieder 536. Tauschen das rüber. Machen das letzte Handy fit. So. Nochmal Ramses. Und das ist doch schlau, oder? Jetzt habe ich immer noch 25 übrig. Jetzt habe ich immer noch 25 übrig. Und bis ich die 25 Tage fertig habe, bin ich vielleicht mit einem von denen auch schon wieder glücklich vor meinen. Also lieber immer so machen. Der hat auch wieder 13, 15, 13. Das ist genau dasselbe wie eben. Hier ist jetzt Carbador drauf mit 109. Ist auch neuer Rekord für das kleinste. Wir bewerten es mal. Und es ist 3 Sterne mit 13, 12, 12. Carbador 3 Sterne. 13, 12, 12. Kann weg. So. Noch einmal raus, noch einmal rein und tauschen mit Jason Form Keats. Lass mal vorher machen. Der kriegt... Der kriegt ein Algit, genau. Du kriegst ein Algit und hier noch ein Riolo mit 531. Ist niedriger als das eben. Vielleicht, wenn es niedriger ist am Anfang, kommt es danach einfach höher. Das wäre auf jeden Fall super genial. 567. Ja? Ist der 100er wert? Mal gucken, mal gucken. Fünf Versuche haben wir gehabt. Und es ist ein... 557. Das heißt... Das ist 15... 13, 13. Algit ist bei 591 angelangt. Mit... 14, 12, 13. Ist also jetzt halt... Was macht man damit? Nix. Wir können ganz kurz, aber mal schauen, wenn ich Riolo eingehe. Bei was wir jetzt eigentlich sind. Riolo. Mal sortiert nach WP. Und dann ist ja, je höher die WP, desto besser ist es. Wir haben ja ein kleines Shiny liegen. Mit zwei Sternen. Dann haben wir hier Römmhilde. Drei. 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 Drei Sterne. Ihr seht, die werden natürlich dann immer besser. Je mehr WP die haben. Und das Beste, was ich dann habe. Hier ist auch ein 96er drin mit 563. Hier ist ein 98er mit 563. Hier ist noch ein 98er mit 563. Das ist das Beste. Und wenn wir mal auf die Entwicklungen gehen, können wir noch kurz die Lucarius abchecken. Da haben wir nämlich diesen hier drin. Den habe ich damals vom Krypto Saphir bekommen. Den habe ich immer für die GBL genutzt in der Superliga. Dann haben wir hier ein Shiny Lucario. Wir haben ein Shiny Lucky Lucario. 98. Wir haben ein normales 98. Das haben wir gepusht. Weil das sollte 2,5 bleiben. Das haben wir gepusht auf Level 40 als 98er für Team Rocket. Und das war's. Das heißt, ich habe mehrere 98er. Aber ich habe keinen 100er. Ich brauche unbedingt ein 100%iges. Und das heißt, wir werden jetzt dieses Video beenden. Mal gucken, wenn ich wieder vielleicht 5 Lucky Trades auf meinen Accounts zusammen habe. Vielleicht können wir das Ganze nochmal machen. Es sind ja noch Riolus da. Und vielleicht schaffen wir es irgendwann live im Video, das 100% Riolu in Glücks zu bekommen. Mir geht es ja nicht mal um Glücks. Ich finde den Glückshintergrund schon wieder total hässlich, wenn ich mir das hier angucke. Wie hässlich das ist. Wie extrem grell. Gerade bei diesem Gelb. Aber ich will ein 100%. So. Das war's von meiner Seite aus. Habt ihr ein 100% Riolu? Was ist euer bestes Lucario? Schreibt's mir rein. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.